. . Ich hab keine Ahnung, was du machen möchtest. Ich hab ab 20.30 Uhr Zeit. Wenn du Bock hast, ab 20.30 Uhr bin ich voll dabei. Zeit habe und ob ich vielleicht... Ja, jetzt klingt das so, als wenn das so verpflichtend wär. Nee, da bin ich raus. Nee, ich geb kein Ver-Q jetzt in den Hüft. . 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 Ich mein natürlich ab jetzt, aber ich sag... Die Hardwild ist verkacken, ja. Was? Nein! Was? Also bitte! Junge, defuse! Defuse! Defuse, defuse, defuse! Ey, Timmy, du bist da. Was? Ich wollte... Leute, Leute! Ich wollte das machen, um meinen... Um meinen... Um den Zaun zu blocken, sodass ich runterfliege. Also, das kann ja nicht sein, wenn er jetzt nochmal im Posse ist, ist ja... Das wäre ja insane. Was? Ich hasse... Oh! Sie! Mieseste... Ich hab zwei HP! Ich hab zwei HP! Lebe! Ja, das sagt man jetzt so, ne? Ich frasse so aus, ey! Oh! 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 Hab ich Chris geholt? Die einzige Person, die lunatic ist. Was bist du? Amouflager. Ich mag das. Ey, nice! Danke! Oh Gott! Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Ey, Franzi! Aber nice, dass du so ehrlich bist! Ehe, Franzi! Ehe, Franzi! Ja, let's go! Schrauben wir sechs heute? Ehe! Oh Gott! Ich hab die Kamera gar nicht mehr stehen. Oh ja, gut. Ich hasse dich! Jetzt hab ich in die Kamera geschrien und gesagt, dass ich dich hasse. Bitte bleib stehen! Warum steht bei dem Typ Personal Best? Das ist deine Beste. Was ist das? Ja! Ich bin der Erste! Weltweit der Erste! Ne, weiß ich nicht! Ne, versteht ihn! Doch, du bist auch! Ich im Weg! Team 3! Team Duelists Only haben wir nämlich auch noch! Winter Roll! Ich hab's... Take my ass! Das kannst du mal nicht sagen! Du bist verrückt gegen Franzi und von Mord weg! Hört sich nach Franzi an! Es ist echt so... Franzi kichert schon! Gott, wir hatten geladen, das gehört! Franzi, kannst du meinen Kontrollsatz sagen? Da, da, da! Mir geht's gut, ich bin's nicht! Also ich wollte Franzi, ich will die Geschichte gar nicht hören! Franzi, ja, wie ist denn das? Franzi! Franzi, das muss mir doch abgewöhnt! Stream bleibt an! Ne, Jungs! Uh! Wie alt sind... Iuuuuh! Oh no! The fuck is this? Ich geh jetzt putzen! Tschüss! Er hatte gerade ein Treffen. Mit deiner Frau! Hahahaha! Irgendwas! Wie guck ich hier, alter! Wen machst du Platz frei? Der Hahn! Der Hahn! Wo ist er? Aufheber! Wer ist Hahn? Wer ist Hahn? Ähm... Hallo! Du! Du! Wurumsohn! Oh hi Maluna! Ey, das riecht so gut, ne? Ich krieg Riese! Kennt ihr das, wenn ihr... Wenn... Wenn ihr Pizza schneidet? So? Kennt ihr das, wenn ihr so eine Lamia Grande zu Hause habt und... Ähm... Euch gemacht habt und dann so schneidet? Oh, der wollte auf mir und der wollte auf Tele brechen! Ja, ich bin Erste! Go! Oh nein! Nein! Was hat das denn für die Abkürzung? Ja, ja, ja! Wie hat es sich denn jetzt den Ersten wieder geholt? Oh! Oh! Warte! Ich finde... Oh, wir müssen abbrechen! Oh, wir müssen abbrechen! Ich muss raus! Ich finde... So! Das ist nicht gut! Das ist so bitter! Oh no! Oh no! Wir haben's! Ahhhh! Ich bin einfach nur komplett fertig mit Nerven! Wofür brauchst du das jetzt genau? Jetzt! 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 1... 3... 1... Und du solltest vielleicht was unter dem Rock anziehen, weil ich weiß nicht, also... Ich hatte nicht vor jetzt sonderlich viel auszuziehen da drunter, ja. zieh deine hose aus also hi ich hoffe euch geht's gut heute also ich gehe jetzt gleich auf die potley und ich würde mich über ein support freuen bis zum nächsten Mal also wirklich edo p und shorty wirklich zwei wunderbare menschen zwei wunderbare streamer haben absolut gut mit das team bonjour repräsentiert von sekunde eins hat es einfach harmoniert mit denen wir haben bis zum ende vom event war das einfach nur eine geile stimmung bei uns was das war nicht so ein ultra verbissen oder irgendwie so wäre ich dabei gewesen also das war wirklich also besser hätte ein team nicht sein können die waren wirklich hammer geil wirklich ich bin ich wenn ich sachen suche oder so wenn ich wenn ich aus dem zimmer gehen sich über eine schere so ich gehe nicht einfach in die küche und durch die schere sondern ich gehe so los ich mache das ist aber auch adr s hoch 35 ich muss mir auch mal ganz ehrlich sagen was soll das teilen jetzt schon wieder ganz ehrlich mal eine andere frage ich habe mir während corona die haare wachsen lassen ja genau gesagt ich habe ich lese für dich aber hoch ist das ja und nein ich bin ja gebrauchen das ist nur noch ein halber stelle habe ich nicht gegessen habe ich noch die kläckchen nichts die da vorne hin was gesagt ja also mein backblech ist jetzt leer warte schütt rein nicht gelohnt